Drei Tage voller Abenteuer. Freiheit. Adrenalin. Live-Reportagen der Spitzenklasse im Herzen des Vogtlandes. Mario Goldstein präsentiert in der Festhalle Plauen das Freiträumer Festival. Zum Auftakt gibt es spektakuläre Aufnahmen im Reich der Lichter mit Stefan Forster. Reisen Sie mit Martin Engelmann nach Südengland und erleben Sie atemberaubende Landschaften und uralte Geheimnisse. Begleiten Sie Don Johannes Schwarz auf seinem Weg zu Fuß nach Jerusalem. Eine einmalige Pilgerreise über 14.000 Kilometer durch 26 Länder. Andreas Pröwe nimmt Sie mit nach China mit dem Rollstuhl durch das bevölkerungsreichste Land der Erde. Mit Heiko Bayer durchreisen Sie eines der mächtigsten Gebirge unserer Erde, die Anden in Südamerika. Lassen Sie sich von Rainer Harscher in einen Landstrich entführen, der schon Michelangelo, Raphael und Leonardo da Vinci inspirierte. Fahren Sie mit Markus Haidt durch Europa, die Bulli-Tour, ein Abenteuer für die ganze Familie. Syrien-Kenner Lutz Jäckel nimmt Sie mit nach Syrien, eine Reise in ein Land ohne Krieg. Und erklimmen Sie die Gipfel der Welt in Thomas Hubers neuem und spektakulärem Vortrag Steinzeit. Jetzt ganz neu erleben Sie sensationelle Geschichten, packende Abenteuer und geheimnisvolle Welten im Großraumzelt der brandneuen World Inside Abenteuer Arena, direkt auf dem Festivalgelände. Handgemachte Musik, packende Live-Reportagen, Workshops und Seminare. Das Neueste über Outdoor und Reisen und ein Ort, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Das Freiträumer Festival in der Festhalle Plauen. Ein Erlebnis, das Sie nie vergessen werden. Jetzt Tickets sichern.